Hallo! Cool, oder? Vierter Tag heute! Ich bin froh, dass ihr eingeschaltet habt. Heute ist der vierte Tag vom Eld Brothers Adventskalender 2022 mit den Best of von 5 Zauberkästen. Ich würde sagen, wir starten direkt und machen das Türchen auf. Let's go! Gut, also Tag 4 Äh Äh Da! Ein Großtürchen. Gut, also äh Das hier war drinne und ich weiß, was das für ein Trick ist. Das sind quasi so Zeitungsartikel. Aber ich lese mir trotzdem einfach mal die Anleitung durch. Let's go! Gut, wir haben eine tolle Feuersage mit meinem Namen drauf und ich äh lege sie jetzt erstmal dahin, damit man sie sehen kann. Was ihr nicht wisst, ich habe hier ein Zeitungsartikel. Und das Ding ist, der Zuschauer, der sagt jetzt einfach mal irgendwo Stopp, wo er möchte. Stopp! Und dann schneide ich das hier durch. Perfekt. Es ist hier so ein kleiner Schnipsel runtergefallen. Ja, das war jetzt kein Switch oder so, weil sonst kann ich das ja nicht nachmachen. Äh, gucken wir mal, was draufsteht. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Also, äh, oberste Zeile steht, draußen haben viel im Wald, ja? Und, äh, da ist es quasi da, wo der Zuschauer gestoppt hat. Und wenn ich hier noch eine Vorhersage, wo mein Name draufsteht. Draußen haben viel im Wald. Äh, wenn man ihn ausbaut, ist das wirklich ein ziemlich cooler Effekt, wie ich finde. Ich kannte ihn vorher, aber trotzdem ist das ein cooler Effekt. Denn, äh, der Zauberkasten hat, haben da tatsächlich schon zwei Zeitungsartikel mit, äh, mitgeliefert, wo, ja, womit man den Trick dann machen kann, zweimal. Ja, das war auf jeden Fall das Video zum vierten. Schaut euch auf jeden Fall das Video zum dritten, zweiten und ersten Türchen an. Würde ich mich auf jeden Fall freuen, falls ihr mich noch nicht gesehen habt. Und auf jeden Fall schaut morgen nochmal vorbei, ja, und macht eigentlich nur Sinn, wenn man morgen nochmal vorbeischaut. Lasst ein Abo und ein Like da, damit ihr kein Video bis Weihnachten mehr verpasst. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, ciao!